Früher ging es noch sehr viel, wie bekommen wir einen Status Quo. Jetzt habe ich das Gefühl, vor allem hier und heute, die Dynamik ist da. Und die Branche, die Menschen, die hier sind, die wollen was bewegen, was voranbringen. Und das ist das Tolle heute an dieser Veranstaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017